Hallo und herzlich willkommen Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genu Solo Keine Angst, heute gibt es keine Modepräsentation von meiner Cap Wollte ganz einfach nur irgendwas hier auf dem Tisch hinlegen, da ich ja momentan noch leer ist Aber es kommt natürlich jetzt gleich was dazu Ich habe nämlich eine kleine neue Rubrik hier, die ich bei mir einführe Die wird nicht regelmäßig erscheinen, aber doch ab und zu, wenn ich einfach mal Lust drauf habe Es geht nämlich um Spiele, die wenig kosten, vielleicht sogar gar nichts kosten Oder halt Spiele, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und in der Vergangenheit dennoch viel Spaß gemacht haben Aber sie müssen natürlich solo oder voll kooperativ spielbar sein, damit sie halt hier in das Format meines Kanals passen Mit der heutigen Ausgabe möchte ich ein Spiel euch vorstellen, was ich denke mal überhaupt nicht großartig bekannt ist Es ist nämlich von dem Publisher von Board Game Raccoon Und die Leute haben sich nämlich überlegt, wie können wir die Spiele näher an den Spieler heranbringen Ohne dass er dafür außer Haus muss Und gleichzeitig die lokalen Spieleläden irgendwie unterstützen Weil auch die müssen natürlich jetzt zumachen Können die nicht allzu viele Sachen vertreiben Und da gibt es ein cooles Konzept, was mich wirklich überzeugt Aber nicht nur das Konzept an sich, auch das Spiel, was sich dahinter verbirgt Hat mir sehr viel Spaß gemacht, als ich die ersten ein, zwei Sachen da angetestet habe Und deswegen will ich es euch nicht vorenthalten Alles, was ihr dafür braucht, ist Mütze mal weg Ist drei Würfel Normale Idee, sechs Würfel Die, denke ich mal, hat jeder zu Hause Dann braucht jeder Spieler, der mitspielt, einen Stift Und ihr bräuchtet noch einen Drucker, um euch das diverse Material auszudrucken Was aber nicht viel ist Es handelt sich nämlich um das Spiel der Clou Gegebenenfalls kennt der eine oder andere die Videospielversion davon Von der Clou, da geht es darum, dass ihr Einbrüche planen müsst Um viel, viel Beute zu machen, um dann die nächsten besseren Clous dann machen zu können Und das Spielprinzip ist ähnlich Nur, dass es hier ein reines Roll and Write spielt ist Das heißt, ihr würfelt, wir schreiben Und das ganze Spiel ist solo spielbar Und bis zu drei Spielern Das heißt, ihr könnt solo eine komplette Bande managen Ihr könnt aber auch als einzelne Einbrecher reingehen Auch das ist möglich Doch wie unterstützt jetzt Board Game Raccoon diese lokalen Läden Mit ihren Print and Play Version Ganz einfach, ich habe in den Kanalinfos euch mal die Webseite verlinkt Könnt ihr einfach mal drauf gucken Könnt ihr nämlich die ersten Missionen oder Einbrüche einfach kostenlos runterladen Ist überhaupt kein Problem Könnt ihr sofort losspielen Wer dann später gegebenenfalls bei diesen Läden irgendwas im Online Shop kauft Kann einfach den Beleg an die E-Mail Adresse schicken Und dann bekommt derjenige noch mehr Inhaltsstoff Was halt diese Sache von The Clou ausgeht Da gibt es sogar eine ganze Kampagne, die man spielen kann Also in dem Sinne, selbst wenn man sich ein Breitspiel dann über den Online Shop in dieser Läden dann bestellt Hat man noch einen Bonus davon Und bekommt dann noch mehr Stuff über The Clou Ist eine Sache, die ich total cool finde Und deswegen unterstütze ich sie auch Und dann schauen wir uns doch mal an Wie dieses Spiel an sich funktioniert Ob es überhaupt was für euch ist Wenn ihr dann auf der Website von Board Game Raccoon seid Kommt ihr direkt dann auch auf diesen Bereich Wo ihr euch die Anleitung runterladen könnt Wo ihr euch die Charaktere runterladen könnt Und wo ihr euch natürlich auch die Ziele, wo ihr einbrechen wollt, runterladen könnt Die Anleitung, ihr seht drei Seiten Das ist nicht allzu viel Es ist sehr viel mit Beispielen beschrieben Wir gehen sie natürlich jetzt auch durch die Regeln Und dann könnt ihr euch das weitestgehend hier vielleicht auch schon sparen, das zu lesen Aber es ist auf alle Fälle immer ein Blick wert, da nochmal nachzulesen Vor allen Dingen, da es sehr gut geschrieben ist Wie erwähnt, benötigt ihr natürlich Charaktere Mit denen ihr halt das Spiel bestreitet Momentan gibt es vier zur Verfügung Die haben alle unterschiedliche Werkzeuge, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Besonderheiten Werden wir dann gleich alles im Spiel kennenlernen Also auch diese dann am besten ausdrucken Und dann könnt ihr sofort loslegen Und dann haben wir hier natürlich noch vier Einbruchsszenarien Oder Szenarien an sich, um halt Beute zu machen Das heißt, ihr schickt eure Bande dann irgendwo hin Und die versuchen so viel wie möglich rauszuholen Und das ist nämlich auch das Ziel Ihr müsst einfach nur Geld machen oder Beute machen Und je mehr ihr geschafft habt, desto besser Wir haben hier ein Einführungsszenario der Kiosk Das gucken wir uns, denke ich mal, dann gleich als erstes an Damit ich euch so ein bisschen die Grundmechaniken dann mitteile Ich werde auch nicht das komplette Szenario durchspielen Das könnt ihr dann selber machen Um wenigstens so ein bisschen ein Feeling für das Spiel zu kriegen Was es alles so für Regeln gibt Werde ich euch auf alle Fälle über ein paar Routen zeigen Wie das Ganze funktioniert Dann haben wir hier der Diamant Das Formular Bankenkrise Und wie gesagt, es gibt noch mehr Sachen Die man dann über Boardgame Raccoon bekommen kann Wenn man halt diese Läden und Wissen unterstützt Wie gesagt, auch eine Kampagne gibt es dabei Da gibt es also über mehrere Szenarien hinweg Wo man wahrscheinlich, also meine Vermutung, Beute macht Kann die Beute wieder investieren Kann die vielleicht in bessere Ausrüstung Um dann weiter voranzuschreiten Um halt die größeren Sachen dann angehen zu können Um letztendlich den größten Coup zu landen Wie gesagt, es ist ein Roll-and-Ride-Spiel Das heißt, ihr benötigt Würfel Ihr benötigt einen Stift Oder für jeden Spieler einen Stift Bei den Würfeln drei Stück an der Zahl D6, ich denke mal, das hat man immer im Haushalt Findet man irgendwelche Menschen, ja Gott, die nicht spielen Oder irgendwas anderes Das heißt, ganz einfache Sachen Wir haben also nicht tausende von Karten, hunderte von Miniaturen Das ist unser Equipment Okay, wir brauchen noch die Cheats Die hatte ich ja gerade ausgedruckt Wir haben da ein bisschen gesagt Oh, jedes Mal so ein Cheat ausdrucken Das ist ja auch immer die Druckerpatrone Das kostet immer allzu viel Es gibt auch die Möglichkeit, wer es hat und kann Ich habe es ganz einfach mal gemacht Einfach einmal ausdrucken Und das Ganze dann zu laminieren Und dann könnt ihr solche Stifte verwenden Die man dann auch wieder wegwischen kann Und so könnt ihr das Ganze immer wieder verwenden Ist auf alle Fälle bestimmt umweltbewusster Als jedes Mal da den Drucker dafür zu akquirieren Okay, also wie gesagt Wir wollen gerne den Kiosk spielen Um uns das Ganze mal genauer anzusehen Wie das funktioniert Jetzt brauche ich natürlich noch Charaktere Ich habe sie mir im Detail noch nicht so groß angeguckt Wo jetzt die Vorteile und Nachteile sind Ich möchte gerne mit zwei Helden spielen Um ganz einfach ein paar Synergien herauszukristalln Wie gesagt, ihr könnt das auch nur mit einem Einbrecher spielen Ist überhaupt kein Problem Und jeder Einbrecher hat natürlich Vor- und Nachteile Wir haben zwei männliche und zwei weibliche Charaktere Da machen wir ein bisschen Bonnie und Clyde mäßig Würde ich mal sagen, nehmen wir einfach gleich hier oben Das sieht gut aus und nehmen Matt und Janet Das sind unsere beiden Einbrecher Die Bande, die jetzt versucht in den Kiosk einzubrechen Um viel Beute zu machen Das Spielkonzept von der Clue Roll and Heist Ist denkbar einfach Am Anfang zu jeder Runde Würfelt man einfach mit drei Würfeln Danach, diese Würfelwerte nicht verändert Greift jeder Spieler auf die Werte der Würfel zu Ohne sie zu verändern Und nutzt sie dann über seine Charakterfähigkeiten Um mit diesen Fähigkeiten dann Hier in diesem Szenario voranzukommen Werden wir gleich machen, wie das Ganze funktioniert Würfel sollten wenn möglich alle genutzt werden Kommt ihr irgendwann mal in die Verlegenheit Dass ihr keinen Würfel nutzen könnt Weil ihr zum Beispiel hier nicht die korrekten Ergebnisse habt Dann hinterlasst ihr Spuren am Tatort Und wenn ihr zu viele Spuren hinterlassen habt Ihr seht also hier zum Beispiel Dann kommt ihr hinter Gittern Und wenn ihr hinter Gitter kommt Dann ist das Spiel verloren Dann habt ihr es halt nicht geschafft Nachdem ihr eure Würfel eingesetzt habt Müsst ihr Zeit abstreichen Ihr habt nämlich nur eine bestimmte Zeit Um diesen Bruch zu machen Ist dann zu viel Zeit vergangen Wird irgendwann der Alarm ausgelöst Und dann habt ihr immer noch eine letzte Möglichkeit Gegebenenfalls mit einer coolen Fluchtfahrt Der ganzen Sache zu entkommen Kann aber auch nach hinten losgehen Auch dann geht ihr gegebenenfalls dann in den Knast Und habt das Spiel verloren Das heißt ihr müsst den richtigen Moment abpassen Wann höre ich gegebenenfalls auf Und nehme das mit was ich habe Oder bin ich noch gieriger Und gehe halt weiter vor Um auf die Gefahr hin Dafür dann halt im Knast zu landen Deswegen auch immer Nach jeder Runde die Möglichkeit Ihr könnt abhauen Und wenn ihr abhaut Dann zählt ihr eure Punkte zusammen Und wertet euer Spiel Und das nächste Mal Könnt ihr es ja dann versuchen Noch besser zu machen Das erste was wir jetzt tun Bevor wir uns halt ins Getümmel hineinstürzen Ist uns einen Überblick zu verschaffen Was sollen wir denn tun Wir kommen hier unten Denn dieser Pfeil mit diesem durchgestrichenen Rechteck Bedeutet das ist unser Eingang Hier kommen wir rein Und dann kommen wir zum Ort der Eingangstür Und das heißt wir müssen diese Eingangstür Mit diesen Sachen erstmal überwinden Um in den nächsten Raum zu kommen Und in diesem großen Raum Das erkennt ihr immer an diesen einfachen Linien hier herum Habt ihr mehrere Herausforderungen Die ihr bewältigen könnt Je nachdem was euch vielleicht von euren Fähigkeiten Am besten gefällt Wenn ihr natürlich hier hinten diesen Bereich Die Hintertür öffnet Kommt ihr natürlich weiter Und da steht auch dann der Wachhund entgegen Den es dann auch noch gilt Dann zu überwinden Aber auch da habt ihr noch eine bestimmte Zeit Ihr seht zum Beispiel hier diese drei Sanduhren Habt ihr nur drei Runden für Zeit Ansonsten schlägt der Hund Alarm Und dann bleibt euch nur noch die Flucht Schafft ihr es aber den Hund zu überwinden Kommt ihr natürlich zum Safe Und der hat natürlich die fetteste Beute Zu Beginn des Spiels müsst ihr aber etwas noch tun Und zwar das hängt von der Spieleanzahl ab Die daran teilnehmen Denn wenn ihr alleine spielt Habt ihr natürlich mehr Zeit Um das Ganze halt nicht sehr schwierig zu machen Weil ihr habt ja auch nur eine Möglichkeit Ihr müsst das alles allein machen Deswegen habt ihr mehr Zeit Und könnt hier bei der 1 beginnen Wie wir wollen mit zwei Spielern spielen Beginnt das Ganze hier bei der 2 Bedeutet wir streichen schon mal Die ersten Sachen hier oben durch Und starten dann hier bei der 2 Und haben dementsprechend weniger Zeit zur Verfügung Um halt ja alles rauszuholen Bevor dann der Alarm losgeht Das gleiche ist mit den Spuren Spielt ihr alleine könnt ihr mehr Spuren hinterlassen Spielt ihr zu dritt Dann ist es schon nach zwei Spuren vorbei Das Spiel war ja dann schon im Knast seid Wir spielen mit zwei Charakteren Das heißt die beiden gehen schon mal weg Und ab der 2 geht es dann los Wir können also zwei Spuren hinterlassen Das ist nicht schlimm Bei der dritten Spur wäre es dann vorbei Okay, wir sind also jetzt hier angekommen Anhand dieses durchgestrichenen Rechteckes Das ist noch nicht durchgestrichen Deswegen kommen wir hier noch nicht lang Das müssen wir erst freischalten Und dann kommen wir hier weiter Wir haben jetzt die Möglichkeit Die Eingangstür einzuschlagen Indem man hier zwei von diesen Fäusten benutzt Oder wir haben eine Fähigkeit Schlösser Die uns halt dazu behüftlich ist Einfach die Tür zu knacken Also zwei Sachen, die wir machen können Dieser Strich bedeutet immer Wir haben eine Möglichkeit, eine Wahl Wir müssen nicht beides machen Eins von beiden reicht Und dann würde ich sagen Starten wir doch einfach mal die Runde Um uns mal anzuschauen Wie das Ganze mit den Aktionen hier funktioniert Erster Schritt in der Runde ist Wir werfen unsere drei Würfel Und dann haben wir eine 2, eine 2 und eine 3 Dieser Pool ist fest Der kann nicht verändert werden Und gilt für alle Spieler, die jetzt hier am Spiel dran teilnehmen Schauen wir uns doch mal an, was wir jetzt damit machen können Ich habe mir einfach mal jetzt Matt genommen Die Reihenfolge könnt ihr selber bestimmen Auch die Reihenfolge der Aktionen Oder wie ihr eure Würfel einsetzt Ist vollkommen egal Also Matt hat jetzt die 3, die 2 und die 2 Das gleiche hat unsere Janet auch Und wir können quasi jetzt planen, wie wir am besten gehen Wir wollen ja ein Schloss haben Oder wir wollen zwei Faust-Symbolen haben Und wir haben mehrere Möglichkeiten Was unser Held machen kann Schauen wir doch mal den oberen Bereich Der ist für alle Helden relativ identisch Jedenfalls von den Linien her Denn die erste Sache ist immer eine Kraftaktion Die zweite ist immer eine Geschicklichkeitssache Und die dritte Sache ist eher Dass man seinen Verstand einsetzt Quasi der Clevertrack Und den hat quasi jeder Charakter Aber in sich ist jeder Held anders gestrickt Das heißt, die entsprechenden Symbole Wären anders freigeschaltet Um solche Symbole zu verwenden Muss man zwei Unterscheidungen machen Und zwar handelt es sich hier um ein Rechteck Es hat zwar runde Ecken Aber es ist dennoch ein Rechteck Oder ist es ein Kreis Hier in den Fähigkeitenbereich Haben wir grundsätzlich nur Rechteck Und Rechtecke bedeuten Hier müssen Zahlen hineingeschrieben werden Und zwar von den Würfeln, die ihr erwürfelt habt Grundsätzlich solltet ihr, wenn möglich, alle Würfel nutzen Denn wenn ihr Würfel nicht verwendet Dann hinterlasst ihr Spuren Aber ihr könnt Würfelergebnisse addieren Ihr könnt ja zum Beispiel sagen Das ist eine 5 Und dann verwendet ihr gleich zwei Würfel auf einmal Und habt quasi eine 5 draus gemacht Ihr könnt auch alle drei Würfel zusammen addieren Dann habt ihr quasi eine 7 erwürfelt Und könnt diesen Wert nehmen Oder ihr könnt sie einzeln machen Wie auch immer ihr wollt Aber ihr solltet, wenn möglich, die Würfel alle einsetzen Für die Fähigkeiten werden immer die Symbole freigeschaltet Wenn wir eine Zahl in das entsprechende Feld eintragen Also wenn wir jetzt hier in dieses Feld eine Zahl eintragen Bekommen wir so ein Faust-Symbol Das Problem ist bei den Fähigkeiten Ihr seht die Pfeile immer Wir müssen die Zahlen von links nach rechts eintragen Das heißt, wir können nicht irgendeine Zahl oder ein Feld auspicken Und einfach nur eine Zahl reinschreiben Das geht nicht Denn des Weiteren müssen alle Folgefelder Dann auch gegebenenfalls die mathematische Operationen erfüllen Das heißt, hier zum Beispiel steht drinnen Größer als 1 Ich darf hier nur ein Würfelergebnis eintragen Was größer ist als 1 Ich könnte jetzt eine 7 eintragen Alle drei Würfel gleich zusammen Ist überhaupt kein Problem Aber dann sind halt alle Würfel verbraucht Ist auch nicht schlecht hin und lasse ich auch keine Spuren Aber ich habe natürlich dann weniger Aktionen zur Verfügung Weil die Zeit rennt mir natürlich auch davon Somit mal als Beispiel Ich könnte jetzt die 2 hier eintragen lassen Würde ich eine 2 eintragen Das stimmt Und dann müsste ich jetzt hier ein Ergebnis eintragen Was größer ist als eine 2 Somit zum Beispiel jetzt hier die 3 Würde ich jetzt hier die 3 eintragen Und dann dürfte ich ins nächste Ergebnis hineingehen Was ich aber größer als 4 brauche Ich bekomme zwar hier unten einen sogenannten virtuellen Würfel Den muss ich nicht einsetzen Den kann ich einsetzen Ich kann jetzt also die 2 Jetzt hier auf meinen letzten Würfel dazu addieren Was eine 4 wäre Reicht aber nicht aus Weil eine 4 ist nicht größer als 4 Deswegen könnte ich jetzt das Ganze Jetzt hier nicht anwenden Und müsste quasi den letzten Würfel irgendwo anders aufwenden Aber habe ich halt nichts geschafft Weil ich bräuchte entweder halt dieses Kraftsymbol Um die Tür einzuschlagen Oder gegebenenfalls ein Schloss Aber wir haben momentan hier überhaupt kein Schloss Klar, es sind hier die normalen Fähigkeiten Die Schlosssachen, die komme ich gleich drauf zu sprechen Aber so funktioniert das Ganze Und ihr müsst halt quasi immer die Zahlen von links nach rechts eintragen Ihr müsst keine Aktionen irgendwo daraus resultieren lassen Hauptsache, ihr befüllt die Zahlenwerte hinsichtlich eurer Würfel oder Würfelergebnisse Und macht halt dahingehend Dass diese Aufgabe auch am Ende dann passgerecht ist Hier zum Beispiel gibt es überhaupt keine Verbindung Das heißt, es ist reich, wenn ich dann hier größer als 4 eintrage Kann aber hier nicht starten Ich muss tatsächlich hier vorne starten Kommen wir zur zweiten Möglichkeit Was unsere Einbrecher anwenden können Neben ihren Fähigkeiten Und das sind Werkzeuge, die sie dabei haben Wir haben hier unseren Matt Der hat Dietrich dabei Er hat eine Drahtschere dabei Und er hat ein Stethoskop dabei Für die Dietriche zum Beispiel gibt es so ein Muster, was man anwenden kann Und das sind jetzt Zahlenwerte, die schon reingeschrieben sind Aber mit einem Kreis versehen Und Kreis bedeutet immer, wir müssen Zahlen wegstreichen Oder können sie wegstreichen Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Schloss haben möchte Brauche ich alle Zahlenwerte hier in dieser Waagerechte Und wird er automatisch ein Schlosssymbol haben Mit einer 2, einer 3 und einer 2 wird das halt relativ schwierig werden Ihr seht hier 11er-Werte, 14er-Werte Ist ein bisschen schwierig, das jetzt auf einem Rutsch zusammenzukriegen Aber vielleicht lässt man sich ja etwas mehr Zeit Und braucht dafür 2 oder 3 Runden Ich könnte jetzt hier eine 6 Kriege ich eine 6 zusammen, bekomme ich nicht Aber ich könnte jetzt eine 5 zusammenkriegen Wäre also hier diese 3 und die 2 Könnte ich die 5 durchstreichen Dann noch eine 2 Könnte ich hier diese 2 durchstreichen Dann habe ich schon mal den oberen und den unteren weggestrichen Aber reicht noch nicht für das Schloss Brauche ich vielleicht in der nächsten Runde noch eine 11 Das ist natürlich eine ganze Menge, die man mit 3 Würfeln zusammenkriegen muss Aber vielleicht kann man sich ja auch virtuelle Würfel dann vorher holen Die müssen aber in derselben Runde noch angewendet werden Könnt ihr nicht in die nächste Runde übernehmen Somit Werkzeuge über so ein Raster verschiedene Fähigkeiten Die man auslösen kann Waagerecht, senkrecht, diagonal Je nachdem wie die Linien miteinander verbunden sind Okay, dann haben wir Die nächsten Bereiche bei der Drahtschere Das sieht schon ein bisschen anders aus als dieses Raster Hier bei den Dietrichen Das ist nämlich die Pyramide Die funktioniert ein bisschen ähnlich Das sind auch wieder Kreise Das heißt mit einer 1 zum Beispiel Kann ich jetzt hier einmal Geschicklichkeit freischalten Und ich muss wieder ausgehend vom Pfeil anfangen Danach, wenn ich die 1 zum Beispiel durchgestrichen habe Weil ich es geschafft habe, genau diese 1 zu werfen Muss ich mich entscheiden Will ich den nächsten Wert hier nach oben gehen Mit der 4 Oder hier unten einmal Schlösser kriegen für eine 7 Ich kann nicht beides sehen Habe ich mich einmal entschieden Für diesen Strang Muss ich dann auch diesen wieder verfolgen Und mich dann auch wieder entscheiden Somit könnt ihr nur bestimmte Spezialisierungen machen Und das solltet ihr euch genau überlegen Zum Beispiel hier oben habt ihr viel mit Elektronik Wenn ihr also irgendwelche Alarmanlagen entsichern müsst Dann wäre es wahrscheinlich den Weg hier oben besser zu gehen Als wenn ihr irgendwelche physischen Schlösser unten lang knacken müsst Schauen wir uns nochmal die Bonus Sachen an Die wir hier bekommen können Wir haben zum Beispiel unten einen Plus Minus 1 Oder Plus Minus 2 Das ist ganz einfach Da könnt ihr auf eure Würfelergebnisse Noch den entsprechenden Wert dazu Oder abziehen Aber Achtung Nur auf die Würfel, die ihr noch nicht verwendet habt Um halt dahingehend noch irgendwelche Bonis herausholen Oder vielleicht eure Würfel dahingehend etwas besser zu machen Aber Achtung Das gilt nur für euch Ihr könnt das nicht auf andere Einbrecher übertragen Die halt mit euch dabei sind Bisweil dann haben wir hier noch eine Art Wildcard Wenn wir also hier diese 6 zum Beispiel durchstreichen Können wir danach einen virtuellen Würfel uns schreiben Und den Wert selber bestimmen Das ist natürlich richtig cool Dann sind wir richtig flexibel Was das Ganze angeht Hat man aber nicht allzu oft Und ist auch meistens immer irgendwo am Ende eines Stranges Zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit Kreiskästen zu haben Das ist quasi eine Kombination aus beiden Das heißt man muss die Sache zweimal machen Gehen wir mal zum Beispiel hier für diese Tresoraktion Beim Stethoskop Wenn wir die haben wollen Brauchen wir als erstes einen Würfel Der kleiner ist als 3 Das wäre zum Beispiel hier eine 2 Und dann würde ich diese 2 hier eintragen Und danach um es zu aktivieren Muss ich genau die 2 nochmal haben Um das Ganze dann über die Kreissache durchzustreichen Das heißt Rechtecke immer eintragen Kreise immer durchstreichen Und das hätte ich sogar hier Könnte quasi also die 2 eintragen Und danach die 2 durchstreichen Hätte ich jetzt eine Tresorknackaktion Hilft mir jetzt nur gar nichts an der Eingangstür Und die 3 könnte ich dann auch noch irgendwie verwenden Zu guter Letzt die Besonderheiten Die jeder hält hat Und zwar hier kann man auch Sachen Die man sich über Werkzeuge oder Fähigkeiten freigeschaltet hat Sachen umwandeln Je nachdem wann man es braucht Aber es sind nur einmalige Sachen Und die sind halt sehr rar Und solltet sie gezielt einsetzen Setzen wir zum Beispiel eine Geschicklichkeit Könnten wir sie umwandeln in 2 Geheimaktionen Wozu auch immer man sie braucht Wie gesagt wir haben ja nicht immer nur den Kiosk Es gibt auch viele viele andere Szenarien Wo sowas gegebenenfalls eine Rolle spielt Oder wenn wir hier eine Geschicklichkeit haben Können wir daraus 2 Geschicklichkeit haben Haben wir die 2 Geschicklichkeit Könnten wir diese hier anwenden Und daraus ein Schloss machen Und wenn wir das Schloss haben Könnten wir daraus eine 6 machen Also es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten Die ihr verwenden könnt Und das alles in einem Zug Aber ob man dann gleich alles auf einmal verballern sollte Ja weiß man nicht Des Weiteren haben wir hier noch irgendwas Kleinkriminelles Und zwar wenn wir einen Pasch haben Können wir einen Würfel Und plus minus die entsprechende Anzahl Hier 2 reduzieren oder erhöhen Oder bei einem 3er Pasch Würden wir sogar ein Schloss kriegen Ach schade war kein 3er Pasch Wir hatten nur halt Das war so Und deswegen kein 3er Pasch Wir könnten jetzt diese Sache akquirieren Ja aber ich glaube Das bringt uns jetzt nicht wirklich irgendwas Okay Dann fangen wir doch mal an zu planen Übrigens Das hier war keine Pyramide Das war der Baum Weil wir uns ja astmäßig durchhangeln mussten Die Pyramide ist dieses Gebilde Da müssen wir natürlich von unten die Zahlen eintragen In diese Rechtecke Und dann versuchen Nach oben die entsprechenden Symbole freizuschalten Wenn wir sie brauchen Aber okay Was mache ich jetzt mit diesen Würfeln Für beide unserer Einbrecher Ich würde mal sagen wie folgt Aber das ist mein erstes Spiel Seht es mir nach Es gibt Millionen von Sachen Die man gegebenenfalls machen kann Vielleicht pausiert man etwas Versucht erstmal irgendwas zusammen zu sparen Um dann später effektiver zu sein Also viele viele Sachen Die es hier zu entscheiden geht Ich will euch nur erstmal die Mechanik kundtun Und deswegen werde ich das einfach jetzt mal so spielen Wie ich denke Ich werde nämlich eine 2 mit unserer Janet aktivieren Und zwar hier dieses Clever Symbol Bedeutet ich kann hier in ein Rechteck eine Zahl eintragen Und damit hier diese Glühbirne freischalten Da ich jetzt dieses Clever Symbol bekommen habe Weil ich hier eine Zahl eingetragen habe Die einem Würfelergebnis entspricht Möchte ich mir hier unten meine Besonderheit freischalten Wie jetzt besagt Wenn ich eine Glühbirne habe Kann ich sie verwenden In dem muss ich sie durchstreichen Und bekomme jetzt dieses Symbol Denn dieses Symbol bedeutet Es ist ein Kreis Der durchgestrichen ist Ich kann jetzt irgendeins Kreis durchstreichen Aber der muss natürlich von der Reihenfolge her passen Ich kann jetzt nicht irgendwo mittendrin was rausnehmen Aber was ich gerne durchgestrichen haben möchte Ist hier dieses Batterie Symbol Oder diese Elektronik Und dadurch bekomme ich automatisch das Schloss Was ich natürlich jetzt benötige und anwende Gehen wir in unseren Plan hinein An der Tür Schlossknackaktion Hat gepasst Dadurch ist die Tür jetzt offen Und wir können jetzt hier hinein in den Verkaufsraum Und hier haben wir diverse Möglichkeiten Und Achtung Wir haben erst einen Würfel verwendet Und auch nur bei einem unserer Diebe Die anderen Würfel Das heißt also jeder Dieb hat Zugriff auf seine drei Würfel Die halt aus dem Pool zusammengestellt sind Somit haben wir noch sehr sehr viele Möglichkeiten Und jetzt liegt es natürlich zu gucken Wo holen wir denn hier das meiste raus Wir haben hier die Regale Die uns besagen Von links nach rechts Können wir irgendwelche Symbole verwenden Faust, Clever oder Geschicklichkeit Und bekommen einmal Beute Dann geht es um nichts Nochmal das gleiche Macht Beute Danach zum Schluss Müssen wir eine Kraftaktion machen Um nochmal Beute zu machen Aber okay Das sind schon mal drei Nicht so schwere Sachen wie ich denke Dann haben wir hier die Kasse Die können wir knacken Mit zweimal Clever Bekommen wir hier vier Beute Alternativ können wir natürlich auch ein bisschen Ja mit dem Dietrich oder was auch immer Ein bisschen rumpuppeln Und würden aber dadurch eine Spur hinterlassen Die wir uns dann dort abstreichen müssen Nicht ganz so cool Aber ist auch möglich Und natürlich können wir uns Noch an der Hintertür zu verschaffen machen Die ist aber besser gesichert Brauchen wir nämlich zwei Schlösser Oder dreimal Kraft Und bei der Kraft würden wir auch noch Eine Spur hinterlassen Und dann geht es natürlich zum Wachhund Achtung Thema Wachhund Gibt es eine Szenario Besonderheit Die steht dann immer hier drauf Was so ein bisschen zu beachten ist Das ergibt sich aber meist auch aus dem Symbol Denn sobald diese Tür offen ist Haben wir noch drei Runden Zeit Um diesen Hund zu besänftigen Sollte man vielleicht ein bisschen Schon mal vorbauen Bevor man die Tür öffnet Dass man auch die Symbole Relativ schnell zusammenbekommt Um halt an diesem Hund vorbeizukommen Ansonsten heißt es dann nur noch Fersengeld geben Mache ich mal noch bei Janett weiter Ich habe hier noch eine 2 und eine 3 offen Und da werde ich weiß Gerade eine Punktlandung ist Hier bei diesem Elektronikwerkzeug Die 3 und die 2 Schon mal durchstreichen Und müssen Vorarbeit geleistet Um gegebenenfalls hier Ein paar Batterien freizuschauen Weil die Batterien sehr cool für sie Weil sie dadurch sehr viele Sonderaktionen freischalten Und dadurch sind erstmal ihre Würfel aufgebraucht Sie hinterlässt keine Spuren Jetzt haben wir aber auch noch Matt Der muss auch alle drei Würfel verwenden Und Achtung Ihr müsst das nicht der Reihenfolge nach Entmachen Ihr könnt erstmal hier ein Würfel Dann dort ein Würfel Wie auch immer wir das wollten Und ihr könnt natürlich auch immer Ergebnisse zusammenaddieren Das habe ich jetzt noch nicht getan Aber ist manchmal unaufwürdig Dass man das macht Weil irgendwann hat man die niedrigen Ergebnisse ja weg Und dann braucht man natürlich dann auch höhere Schauen wir mal bei Matt Was wir bei ihm noch machen Matt werde ich wie folgt vorgehen lassen Wir haben hier eine 2 Eine 2 ist größer als eine 1 Trage ich mir hier also die 2 ein Dann brauche ich ein Ergebnis Was größer ist als die 2 Dann nehme ich hier die 3 So haben wir hier eine 3 Und jetzt bekomme ich virtuell einen Würfel dazu Der eine 2 ist So und eine 2 habe ich noch übrig Ja und 2 plus 2 ist 4 Aber nicht größer als 4 Ha da komme ich nicht hin Ja wo nehme ich jetzt die 4 Und ich muss die 2 nicht einsetzen Diesen virtuellen Aber jetzt habe ich es einmal gemacht Das ist schwierig Aber ich werde Ja ich werde die 2 plus 2 zusammenaddieren als 4 Und schon mal hier diese 4 einfach wegstreichen Okay dann habe ich jetzt alle Würfel verwendet Mit beiden unserer Charaktere Haben also keine Spuren hinterlassen Gehen wir nochmal die Reihenfolge durch Wir hatten Würfel geworfen Wir hatten die Würfel verwendet Alle haben keine ungenutzten Würfel gelassen Haben also keine Spuren hinterlassen Kommen jetzt dazu Eine Zeiteinheit weg zu streichen Also jetzt hier die nächste Die uns flöten geht Und zu guter Netz können wir jetzt sagen Wollen wir abhauen Ja oder nein Da wir momentan noch gar keine Beute gemacht haben Macht das überhaupt keinen Sinn Und wir gehen natürlich jetzt in die nächste Runde Und werfen wieder 3 neue Würfel Okay mal sehen was wir diesmal haben Eine 1, eine 4 und eine 6 Ich werde wieder zuerst Janet aktivieren Und werde hier für sie eine 6 verwenden Und das passt direkt hier bei den Werkzeugen Dadurch bekomme ich hier in Linie Einmal hier dieses Clever-Symbol Was ich jetzt gerne verwenden möchte Clever-Symbol Nummer 1 hier an der Kasse Kann ich durchstreichen Habe ich geschafft Brauche ich nur noch ein weiteres Und dann habe ich schon die Kasse geknackt Und dieses bekommt sie relativ leicht Ich nehme nämlich diese 4 Werde sie jetzt hier in ihrem Clever-Strang einsetzen Die 4 ist größer als die 2 Darf also in das Feld hinein Und bringt mir eine virtuelle 5 Die ich hier zum letzten Würfel dazu addiere Somit habe ich eine 6 Und diese 6 darf ich hier eintragen Weil sie auch größer ist als die 4 Und bringt mir das zweite Clever-Symbol Somit juhu Die Kasse kling kling Geht auf Und wir haben unsere erste Beute gemacht Unsere Janet hat ja alle 3 Würfel verbraucht Und das werde ich jetzt auch mit Matt machen Und das sogar auf einen Schlag Denn ich habe hier eine 6 Eine 4 und eine 1 Was eine 11 ist Und dann werde ich ihm jetzt mal hier Zentral diese 11 wegstreichen lassen Und ich werde nämlich gegebenenfalls Nachher ganz viele Schlösser benötigen Und da kommt er halt mit seinen Dietrichen gut durch Aber die 11 ist halt eine sehr hohe Zahl Deswegen ein bisschen Vorbereitung dafür Wir haben wieder alle Würfel verwendet Wir haben keine Spuren hinterlassen Sehr gut Eine Zeit geht wieder weg Es sind nur noch 5 Runden Ein 6 Runden bis wenn der Alarm losgeht Okay Dann werfen wir die nächsten Würfel Okay Dann schauen wir mal Was wir diesmal bekommen Oh Das ist ein hohes Ergebnis 4, 5 und 6 Lassen wir wieder Janet vorangehen Ich werde wieder ihren Clever-Track Weil das ist ihre große Stärke Dass sie halt sehr intelligent ist Dann werde ich hier eine 6 nehmen Ich muss größer als 5 haben Um ein Clever-Symbol zu haben Somit nehme ich halt die 6 Das nächste Ergebnis Was ich dann brauche Ist schon eine 7 Das heißt ich benötige dann schon 2 Würfel Oder irgendwelche Modifikationen Doch ich habe einmal Clever verwendet Und diese 3 Symbole gemeinsam sagt Ich kann aussuchen Welche ich gerne möchte Und da ist ein Clever dabei Somit haben wir unsere nächste Beute gemacht Das gleiche könnten wir nochmal machen Doch so richtig gefällt mir das alles nicht Was ich hier habe Deswegen bei Janet werde ich jetzt die beiden Zusammen addieren Eine 9 Und einfach jetzt hier bei diesem Werkzeug Noch ein bisschen was weg machen Dann bekomme ich dann bald diese Batterien Und dann kann ich hier unten ein bisschen umwandeln Okay Gehen wir mal rüber noch zu Matt Was kann Matt machen? Den werde ich mal ein bisschen verschwenderisch agieren lassen Okay Wir haben nämlich Okay Wir haben eine 4 und eine 5 Ich werde die 4 Und ist größer dann die 5 Gibt mir quasi einmal ein Geschicklichkeit Und tue damit hier unten bei der Besonderheit Die Geschicklichkeit wegmachen Was mir 2 Geschicklichkeit bringt Und diese 2 Geschicklichkeit brauche ich auf Um mir einmal Schlossknacken zu holen Und damit komme ich hier oben schon an der Hintertür etwas voran Damit habe ich schon das erste entriegelt Aber aufpassen Sobald diese Tür offen ist Kommt der Hund Dann wird es natürlich etwas kritisch Deswegen sollte ich da vielleicht versuchen Mit Janet noch ein bisschen clever zusammen zu sparen Um an diesem Hund vorbeizukommen Noch einen Würfel habe ich noch Die 6 Und die werde ich ganz oben hier Größer als 4 Kann ich eine 6 eintragen Und bekomme automatisch ein Kraftsymbol Und damit plündere ich das nächste Regal Über das Kraftsymbol Und dann haben wir schon die nächste Beute Und so geht das ganze Spiel dann voran Wir haben jetzt wieder eine Runde durch Wir müssen wieder eine Zeiteinheit wegstreichen Und dann müssen wir irgendwann die Entscheidung treffen Wie nah wollen wir jetzt an den Alarm herankommen Lohnt es sich noch bis zum Save voranzuarbeiten Wenn wir das hier geplündert haben Es sind halt viele Entscheidungen, die getroffen werden können Und das ist nur ein kleines Szenario Die ganzen Sachen mit den anderen Sind viel viel komplexer Hier kommt man erstmal nur leicht ins Spiel hinein Und deswegen werde ich also an dieser Stelle Werde ich diesen Playthrough beenden Ihr solltet jetzt eine Vorstellung davon haben Wie das Ganze funktioniert Eine Sache will ich euch aber noch erläutern Und zwar wenn der Alarm ausgelöst wird Was ja bedeutet Hier geht dieser Pfeil runter Zu dieser Verfolgungsjagen Wir haben nämlich hier zwei Autosymbole Und wir haben hier vier von diesen Sirenen-Symbolen Von der Polizei Und wenn wir diese vier erreicht haben Sind wir auch gefangen Und haben quasi nichts gekonnt Und hätten das Spiel verloren Würden wir es schaffen Die zwei Fluchtsymbole wegzukreuzen Dann wäre es uns gelungen Diese Sache jetzt zu entgehen Und wir könnten mit der Beute von dannen gehen Und dann werde ich euch jetzt kurz Das mit der Flucht noch zeigen Wie das funktioniert Denn wenn der Alarm ausgelöst wird Müsst ihr einen eurer Diebe zum Fahrer ernennen Der quasi das Fluchtauto fährt Und jeder Dieb hat so ein paar Fähigkeiten Was das Steuern des Autos angeht Okay, dann gehen wir mal rüber zu unseren Dieben Der Fluchtwert wird über dieses kleine Kästchen Bei den Charaktertafeln angegeben Und zwar einmal Wie weit euer Fluchtauto wegkommt von der Polizei Beziehungsweise wie nah die Polizei an euch wieder herankommt Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier bei Matt Kleiner als eine 5 werft Dann kommt ihr mit eurem Auto weiter weg Werft ihr hingegen aber mehr als eine 2 Dann kommt die Polizei näher ran Es ist natürlich auch möglich Dass beide Ergebnisse dabei sind Dann habt ihr halt weder Vorsprung gewonnen Noch ist die Polizei irgendwie näher herangekommen Und das machen wir so lange Bis eins von beiden Bedingungen erfüllt Das heißt entweder die Flucht gelungen ist Oder die Polizei euch geschnappt hat Da der Fluchtwert hier bei dem Auto Kleiner als 5 besser ist als kleiner als 3 Und die Polizei werden jeweils die gleichen sind Werde ich Matt als Fahrer ernennen Und er wird das Fluchtauto fahren Um eine erfolgreiche Flucht zu schaffen Natürlich müssen diese beiden Autosymbole Weggestrichen werden Dann hätten wir es geschafft Würden hingegen aber alle 4 Polizeisymbole Weggestrichen werden Dann sind wir im Kitchen Und hätten gar keine Punkte Weil wir halt gefangen genommen sind Und dann wird ein einziger Würfel genommen Und es wird so lange gewürfelt Bis wir eins von den beiden Ergebnissen geschafft haben Und dies gilt jetzt als Referenz Fangen wir an Erster Würfel Eine 2 Eine 2 ist kleiner als 5 Aber nicht größer als eine 2 Somit das war schon mal sehr sehr gut Bedeutet einmal Polizei Auto Kann weggestrichen werden Hat Matt somit Unser Fluchtauto etwas weiter weg bringen können Und das nächste Ergebnis ist eine 6 Das ist natürlich nicht gut Denn die 6 ist nicht kleiner als 1,5 Also nicht das Fluchtauto Und es ist auf alle Fälle größer als eine 2 Polizei ist wieder näher herangekommen Weiter geht Die wilde Fahrt Und eine 1 Eine 1 ist kleiner als eine 5 Aber nicht größer als eine 2 Somit Fluchtauto wieder weggekommen Und wir haben die Polizei abgehängt Und somit haben wir es erfolgreich geschafft Der Polizei zu entkommen können Jetzt unsere Punkte Die wir über diesen Sheet erbeutet haben Zusammenrechnen Und dann in unseren Highscore eintragen Und ihr seht Ich habe ja jetzt hier an der Hintertür aufgehört Es ist noch viel viel mehr möglich Es war ja auch jede Menge Zeit da Ich wollte euch ja nur zeigen Wie dieses Spiel funktioniert Und ich finde es ein cooles Konzept Es ist einfach 3 Würfel braucht man Die Sheets braucht man Und schon kann man loslegen Und das mit diesem Kiosk Ist ja nur ein ganz simples Beispiel Die Sachen wären noch richtig richtig komplex Liebe Freunde Und damit habt ihr einen kleinen Einblick In der Clue Roll and Heist bekommen Ein wirklich cooles Spielkonzept Wie ich meine Wie man mit nur 3 Würfeln Einen Stift und ein paar Sheets So viel Spieltiefe und Tüftelei In ein Spiel hineinbringen kann Das schaffen manch andere große Publisher nicht Und das mit Millionen von Materialien Und hier ist die Sache wirklich wirklich rund Und natürlich das nächste coole Feature davon Ist ihr könnt eure lokalen Spiele Damit unterstützt Wie das genau funktioniert Einfach mal bei Board Game Raccoon Auf die Seite gehen Ich habe sie in der Kanal Info verlinkt Dort erhaltet ihr alle Informationen Dort erhaltet ihr natürlich auch die Möglichkeit Diese Sache schon runterzuladen Aber beachtet Sie sind noch eine Art Prototyp Das sind ein paar kleine Sachen Die hier und da noch abgeändert werden könnten Die Regeln werden jeden Tag immer wieder Erneut ergänzt mit irgendwelchen Sachen Die vielleicht noch genauer spezifiziert werden müssen Aber ich denke mal Das Ding ist schon eine volle runde Sache Und ihr habt es ja gesehen Man kann es voll cool spielen Und ich hoffe natürlich Das Video hat euch gefallen Wenn ihr einfach einen Daumen nach oben hinterlassen Das hilft immer Und natürlich hilft es den lokalen Spielerläden Wenn ihr einen Blick bei Board Game Raccoon reinwerft Ich wünsche euch alles Gute Habt Spaß am Spiel Bis zum nächsten Mal Euer Genu Ich wünsche euch alles Gute